Hallo, ich bin Heinrich Gräfe. Ich lasse mich ins Ehrenamt ordinieren und ich bin motiviert, Pfarrer zu sein und da zu arbeiten, weil ich von einem Gott erzählen will, der sich auf die Seite der Schwachen und der Ausgegrenzten stellt, also für Gerechtigkeit einzutreten. Und ich bin der Meinung, dass Glauben das Leben auch einfach ein bisschen schöner macht. Und mit der Ordination ins Ehrenamt habe ich die Hoffnung, auch andere KollegInnen zu unterstützen, auch mal Dienste abzunehmen und eben in einem kleineren Maße als im Hauptamt meinen Dienst auszuführen.